Hallo, kommen Sie mal in den Rollstuhl. Sie kommen mit uns in den Behandlungsraum. Mein Name ist Charlotte Engel, ich bin hier die Ärztin. Glas Wasser haben wir auch. Gisela, kannst du uns ein Glas Wasser bringen? Kannst du uns ein Glas Wasser bringen? So, einmal in den Behandlungsraum. Der junge Patient berichtete über ein anfallsartiges Husten, tränende Augen. Er schwitzte sehr stark und ihm war schwindelig. Alles so, ja, Hinweise, dass er eventuell bald schockig wird. Deswegen haben wir ihn schnell auf eine Liege gelegt und uns dann weiter dem Thema gewidmet. Pflegen Sie sich ruhig hier mit dem Kopf hin. Beine hoch. Genau, Beine hoch. Er hat jetzt zu uns verschluckt, aber es hört doch gar nicht mehr auf seitdem. Woran denn verschluckt? Wir hatten eine Suppe gegessen. Eine Suppe? Ja, extra scharfe, weil er es so gerne scharf mag. Und auf einmal hat er gar keine Luft mehr bekommen, weil wir gelacht haben. Und dann hat er irgendwie voll schwer geatmet und auf einmal fingen die Augen an zu drehen, haben gar nicht mehr aufgehört zu drehen. Ist denn da noch was? Genau, ich guck mal in den Hals. Das ist gerade ein extrem schwindelig. Ja. Irgendwie seit 20 Minuten ist es schlimmer geworden. Wir haben eigentlich schon was gegessen. Ja. Was war das für eine Suppe? So asiatische mit Chilli. Asiatische, ja. Und einmal Mund aufmachen und A sagen? Dr. Charlotte Engel ist fast sicher, dass die Symptome des Mannes mit dem Verzehr der scharfen Suppe in Verbindung stehen. Bei einem Blick in die Nase des Patienten macht die Ärztin eine unglaubliche Entdeckung. Ja. Schauen Sie mal, was ich da jetzt rausholt habe. Schauen Sie mal. Ein Stück Chili. Aus der Nase. Aus der Nase. Und das reizt natürlich die Schleimhäute ganz wahnsinnig doll. Und das ist so eine Reaktion, die dann der Körper macht auf zu viel Schärfe. Da müssen Sie aufpassen. Wahrscheinlich ist Ihnen das aber während des... Durch das Lachen oder wie? Ja, wahrscheinlich ist das... Ja, wahrscheinlich schon. Also da gehört es auf jeden Fall nicht hin. Es ist immer schwierig, wenn man Chili an die Schleimhäute bekommt. Gegen Schärfe hilft eben kein Wasser, sondern eher Milch und Weißbrot. Aber wenn Chili natürlich in die Nase kommt und man nicht die Instrumente hat, das wieder rauszuholen, sollte man sich natürlich ärztlich vorstellen. Ich gebe Ihnen noch ein Rezept mit für Nasentropfen und für eine Nasen... Genau, trinken Sie mal was. Ich kann noch ein bisschen schwindelig. Sie können noch hierbleiben im Moment. Für eine Nasendusche, kennen Sie das? Also das ist einfach so, dass der Nasenrachenraum dadurch durchgespült wird. Und ich glaube, das tut Ihnen jetzt gut. Vielleicht sind da noch Mikropartikel drin, die wir jetzt so nicht entfernen können. Aber das würde ich Ihnen gerne rezeptieren. Was ist, wenn es nicht besser wird? Dann stellen Sie sich natürlich wieder vor. Okay. Aber ich bin mir sicher, dass es besser wird. Eine Chili-Schote in der Nase gehört da nicht hin. Letztendlich kann man sagen, dass eine Chili-Schote natürlich einen Fremdkörper darstellt. Und der Raum zwischen Nasenrachenraum und letztendlich Augenhöhle und Gehirn ist relativ groß. Das heißt, im schlimmsten Fall hätte sich eine Infektion gebildet und die hätte sich bis hin zum Hirn letztendlich hoch ausbreiten können.